Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben. Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht. Ich lasse mich an die Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht. Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Wir reden heute über das Bündnis Sarah Wagenknecht. Das BSW ist in mehrfacher Hinsicht etwas Neues, eine junge Partei, gegründet erst Anfang des Jahres und die erste Partei in der Geschichte der Bundesrepublik, die ganz auf eine Person, den Star an der Spitze, fokussiert ist, nämlich Sarah Wagenknecht. Das BSW kann schon bald, nämlich im Herbst, eine Schlüsselrolle spielen in der bundesdeutschen Politik bei den Wahlen in Thüringen und Sachsen, wenn es darum geht, eine Regierung ohne AfD herzustellen. Aber will das BSW überhaupt regieren? Kann BSW, eine junge Partei, regieren? Oder ist es eine populistische Protestpartei, die auf Opposition abonniert ist? Und ist Populismus das richtige Wort für BSW? Jede Menge Fragen. Mein Name ist Stefan Reinecke, ich arbeite im Parlamentsbüro der Taz und bin dort verantwortlich vor allem für die SPD. Und bei mir sind heute? Anna Liemann, ich leite das Parlamentsbüro der Taz und kümmere mich unter anderem um die SPD auch und um das Kanzleramt. Mein Name ist Pascal Beuker, ich bin auch Mitglied des Taz-Parlamentsbüros und für die Partei zuständig, wo viele aus dem BSW herkommen, nämlich für die Linkspartei. Daniel Bax, ich bin im Regieressort der Taz und dort Themenchef, aber habe das BSW begleitet von seinen Anfängen, die jetzt noch nicht so lange zurückliegen bis heute. Prima, schön, dass ihr da seid. Jetzt mal eine erste kurze Frage. Das BSW ist ja erfolgreich, hat sechs Prozent bekommen bei der Europawahl, hat für die Wahlen im Herbst gute Aussichten in Thüringen und Sachsen in erheblichem Umfang in die Landesparlamente einzuziehen. Kurze Frage, ehrliche Antwort. Hättet ihr damit gerechnet, dass das BSW so schnell so erfolgreich ist? Nein. Anna, nein. Du hast dich vertan. Ich habe mich vertan, ja. Du hattest die falsche Analyse, warum? Ich dachte, die haben Personal, das außer, unterhalb von Sarah Wagenknecht kaum jemand kennt. Die haben keine Struktur, die sind, das muss alles neu aufgebaut werden aus dem Stand und das schaffen die nicht. Und Sarah Wagenknecht wird sich auch als Person, also die Popularität hält nicht ewig, irgendwann verbraucht sich das, aber ich lag falsch. Pascal, du hast alles vorhergesehen. Ja, ich bin hier der Klugscheiß in der Runde. Ja, ich habe das ja auch geschrieben. Ich habe das ja, ich habe ja sehr frühzeitig von der drohenden Abspaltung geschrieben, als das in der Nix-Partei alle möglichen Leute bestritten haben und auch viele Kollegen. Und ich habe auch vorausgesagt, dass sie dabei bei der Europawahl erfolgreich werden. Das Einzige, wo ich mich geirrt habe, ich hätte ja gedacht, dass sie noch mehr Prozente holen. Aha. Okay, dann werden wir deine Prognosefähigkeit am Ende dieses Podcasts nochmal auf die Probe stellen. Sicherheit lege ich auch oft falsch, aber dieser Frage nicht. Daniel? Also ich habe mich auch geirrt. Ich habe das für eine Totgeburt gehalten. Das habe ich auch so geschrieben. Asche auf mein Haupt. Ich dachte, das Momentum wäre gewesen, die Aufstehen-Bewegung, wo sie ein breites Spektrum an Unterstützern um sich geschart hatte, das weit über den Kreis der Linkspartei hinaus geht. Und es ist ja so, wie du es beschreibst, Anna. Es sind überwiegend getreue Leute aus der Linkspartei, die sie jetzt unterstützen. Da ist wenig Glamour jenseits von ihr selbst. Und das hätte ich nicht gedacht, dass sie damit alleine als Zugpferd so viele Leute ansprechen würde. Ab dir denn, du hast ja gerade Aufstehen erwähnt, Aufstehen war diese Bewegung, die vor allen Dingen von Wagenknecht oder im Umkreis von Wagenknecht 2018 gegründet wurde, die so eine Art deutsche Gelbwesten-Bewegung werden sollte, die dann also in einer kürzester Zeit komplett gescheitert ist. Warum ist denn Aufstehen so in die Hose gegangen und warum ist BSW jetzt, sechs Jahre später, so erfolgreich? Liegt es daran, dass sich die politischen Verhältnisse einfach verändert haben über Corona-Inflation oder liegt es daran, dass Wagenknecht gelernt hat, wie man Organisationen aufbauen kann? Ich glaube, dass sie zum einen aus Aufstehen gelernt hat. Und zwar, Aufstehen war als Bewegung gestartet, quasi auch quer zu den etablierten Parteien. Aber man hat irgendwie gedacht, das organisiert sich so von selbst. Und da entstehen ganz viele Basisgruppen und daraus entsteht eine Bewegung und die trägt dann auch Sarah Wagenknecht. Das ist gescheitert. Also es gab zu viele, also es lief dann chaotisch. Die Bewegungen gibt es zum Teil noch, die Gruppen gibt es zum Teil noch, aber es gab... Marginal. Ja, ganz marginal. Also ich kriege immer noch Mails von denen, die unterstützen zum Teil die gleichen Ideen wie BSW jetzt. Aber das hat sich, das ist im Prinzip dann sang- und klanglos eingegangen auch, weil gerade dieses Breite, also zum einen waren das Leute, die komplett unsortiert von allen Seiten kamen. Das war eine sehr breite Gemengelage von Meinungen und dann fehlte auch so das, das verbindende Thema. Also nur Protest und den etablierten Parteien Beine machen reicht nicht. Und jetzt ist es eben anders. Es ist, BSW wird sehr streng top-down geführt. Also der Führungszirkel entscheidet darüber, wer Mitglied werden darf und wer nicht. Was ins Programm kommt und was nicht. Und Streitigkeiten werden, sofern sie existieren, also sie werden schon existieren, aber sie werden eigentlich hinter den Kulissen ausgefochten. Beispiel jetzt auch beim Landesparteitag in Berlin, der ja dann auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Also Presse war da nicht zugelassen. Am Anfang schon, aber dann nicht mehr, das so nach dem Motto. Das regeln wir intern. Und es gibt auch im Unterschied zu Aufstehen ein sehr klares Thema jetzt, was die Leute auch triggert und was sie für BSW einnimmt. Und das ist eben das Thema Frieden. Frieden, da kommen wir gleich noch drauf. Also ist das der große Unterschied oder der Schlüssel für den Erfolg von BSW, dass dieser Ausflug von Wagenknecht in die Basisdemokratie schiefgegangen ist und jetzt strikt top-down runterorganisiert und das klappt? Ja, es war ja eine Mischung. Es war ja nicht nur Basisdemokratie, sondern damals war Wagenknecht der Meinung, man bräuchte auch noch andere neben ihr, die irgendwie ziehen könnten. Das heißt, man hat sich andere eitle Politiker dazu geholt. Ludger Vollmer, den ehemaligen Vorsitzenden der Grünen, Marco Bülow, der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete, Peter Brandt, den Sohn von Willy Brandt. Und alles Menschen, die sich nicht gerne sagen lassen von Sarah Wagenknecht, wo es lang geht. Und das hat dann auch intern enorme Reibungsverluste gebracht. Und zwar gerade, als dann die Unteilbar-Demo von Wagenknecht abgelehnt worden ist, was die anderen nicht wollten. Und das war auch so ein Bruch in dieser Bewegung. Das ist, also das ist der eine Punkt. Also Unteilbar, muss man dazu sagen, war damals eine sehr große Demonstration in Berlin, wo demonstriert wurde, dass Migration möglich sein soll und der sich Wagenknecht dann nicht beteiligt. Ja, da demonstrierten etwa so hunderttausend Menschen und unmittelbar davor hat Wagenknecht öffentlich erklärt, dass er das doof findet. Und das war eigentlich so ein Bruchpunkt dann da drin. Ich glaube auch, das, was du eben gesagt hast, ist natürlich auch wichtig, dass, also es haben sich die Themenlage geändert. Du hast bei Aufstehen schon gehabt, dass natürlich die Migrationsfrage von Wagenknecht immer stark thematisiert war. Das war aber da nicht einheitlich gehalten so, aber das war natürlich für einen Teil mobilisierend. Dann genau, was du erwähnt hast, Corona danach hat, glaube ich, ziemlich gewirkt, obwohl das auch gar nicht so öffentlich diskutiert wird. Aber das hat viele Leute sehr, sehr entfremdet von dem politischen System hier und von den anderen Parteien. Und jetzt kommt natürlich die Kriegsfrage dazu, was dann auch nochmal so ein Brandbeschleuniger war. Und die Ampel, also man darf nicht vergessen, die Ampel ist ja das Feindbild. Von Wagenknecht und davon nähert sie sich. Die dümmste Regierung, die Deutschland hier hatte, wie Wagenknecht sagt. Und sie ist natürlich sehr dankbar, weil sie spricht vor allem enttäuschte Linkspartei- und SPD-Wähler an. Und die halt diese Zeitenwende, die der Ukraine-Krieg bedeutet, nach Lesart von Scholz, nicht mitmachen wollen oder kritisch sehen. Und sie spricht Leute an, die sowieso alles doof finden, was die Grünen fordern und Angst haben, dass die ihnen ihr Auto und sonst was wegnehmen. Zum Gendern zwingen und so all diese Sachen bedient sie ja auch. Also das heißt, ich glaube, die Ampel in Verbindung mit den Krisen, die wir hatten, Corona und Ukraine-Krieg, ist Wasser auf die Mühlen von Wagenknecht. Da muss man natürlich dazu sagen, das bedeutet alle Gruppen, die du aufgeführt hast, dass sie hauptsächlich Menschen in Ostdeutschland anspricht. Das konnte man bei der Europawahl sehen, da war es ein riesengroßer Unterschied. Lassen wir mal Saarland weg, da wohnt sie nun mal und Oskar Lafontaine. Und die Stadtstaaten, ist sie im Westen überall unter 5% geblieben, während sie überall im Osten über 10%, hatten am meisten Mecklenburg-Vorpommern über 16%. Das ist richtig, das ist ähnlich wie bei der Linkspartei, in erster Linie im Moment so ein Ostphänomen zu sein scheint, wobei im Westen auch irgendwie die Wahlergebnisse ja da sind. Aber nochmal einen anderen Rahmen, ist BSW denn Teil von so einer europäischen Normalisierung des deutschen Parteiensystems? Denn es gibt ja durchaus jenseits von Deutschland schon länger dieses Modell, das hat angefangen mit Berlusconi in Italien, also eine Figur an der Spitze eines Bündnisses. Es gibt Macron in Frankreich, der ein ähnliches Prinzip im Grunde genommen politisch umgesetzt hat. Es gab Sebastian Kurz in Österreich oder auch Gerd Wilders in den Niederlanden. Jetzt vermischst du aber alles mögliche durcheinander, was man nicht durcheinander wischen darf. Finde ich nicht, aktuell finde ich schon parallel. Strukturell ist ja der Punkt. Nee eben nicht, also du kannst die ÖVP nicht tatsächlich mit dem BSW oder schon gar nicht mit Wilders vergleichen. Das war eine gewachsene Partei und selbst Kurz ist nicht auf die Idee gekommen, die ÖVP in Kurzpartei umzubenennen. Auch Macron hat sich schon einen schönen Namen für sein Ding da ausgesucht und auch Berlusconi, Forza Italia, das war nicht die Berlusconi-Partei. Man muss es vergleichen mit Wilders, man muss es vergleichen mit Pimfer-Toyne, man muss es vergleichen mit Frank Schornach in Österreich. Was ich meinte ist, dass man eine generelle Tendenz schon seit mehreren Jahrzehnten in Europa feststellen kann, wo die Parteien als Organisationsform an Bedeutung verlieren und die Personen an Bedeutung gewinnen. Diese Phänomene gibt es ja auch innerhalb sozusagen gefestigter Parteiendemokratien. Und da ist BSW, da gebe ich dir recht, Pascal, ein besonders extremes Beispiel für. Aber nochmal die Frage, ist das der Rahmen oder der Fokus, unter dem man BSW sehen, beurteilen, analysieren sollte? In der Beschreibung würde ich sagen, ja. Ja, also vielleicht ist das auch in einer komplexer werdenden Welt das Gefühl oder die Sehnsucht nach Ordnung und die Sehnsucht nach ein Stück weit Autorität. Also eine Führerin, ein Führer, die irgendwie weiß, wo es lang geht. Das ist ja eigentlich auch was, was bei den demokratischen Parteien oft eingefordert wird, sei es bei Grünen, sei es bei der SPD. Da muss doch jetzt mal jemand auf den Tisch schauen und sagen, wo es lang geht. Und dass eine Partei, die so verfasst ist und die dann auch auf die richtigen Themen setzt, da eine Lücke füllt und eine Sehnsucht befriedigt, die sich offenbar überall, also nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa auftut. Das ist, das sehe ich schon so als ein Trend, den man ja überall beobachten kann, also nicht nur in Europa, auch weltweit. Also gucken wir mal in die USA auf Trump und so weiter oder gucken wir nach Lateinamerika und so, welche Parteien da jetzt erfolgreich waren, hier der Millais in Argentinien und so weiter. Also es scheint so ein weltweites Bedürfnis nach Führung und Autorität zu geben, zumindest bei einem Teil der Menschen. Also es ist, glaube ich, falsch, das nur als ein ostdeutsches Phänomen zu lesen, Pascal, oder? Ja, da ging es mir eben darum, wo hat sie eine größere Anhängerschaft. Das ist was anderes. Dieses internationale Phänomen ist tatsächlich real da, aber ich glaube, dass man da genauer hingucken muss. Auch da, also Millais passt ziemlich gut, der nämlich keine große Partei hinter sich hatte, der keine Basisbewegung hat. Von oben hat er das organisiert. Und deswegen auch meine Beispiele übrigens mit Pim Portoin, der dann umgebracht worden ist und dem Team Strohnach oder Wilders. Die Wilders-Partei besteht aus einer Person, Gerd Wilders. Aus mir nicht. Die hat nicht mehr Mitglieder. Und das reicht dafür, um die stärkste Partei in Niederlanden zu sein und jetzt die Regierung zu stellen. Das heißt, alle anderen sind quasi seine Marionetten. Und das ist noch ein Unterschied zu Parteien, die eine Massenbewegung haben, aber auf eine Figur fokussiert. Darauf wollte ich hinaus. Fünf Sterne ist übrigens auch so ein Beispiel in Italien. Das ist eine Partei, die sogar ohne Bepo Grillo weiter existieren könnte. Also deswegen müssen wir alle differenzieren, weil wenn du in die Geschichte guckst, hast du immer auch in Deutschland Situationen gehabt, wo einzelne Personen absolut entscheidend waren. Auch wenn da eine Partei hinterstanden. Natürlich hat sich Franz Josef Strauß die CSU untertan gemacht und das war Franz Josef Strauß. Man kann auch von Angela Merkel als Beispiel sprechen. Ich meine, der Kanzlerwahlverein, die CDU oder die Union war unter Merkel oder ist unter Merkel geworden, wirklich ein Kanzlerinnenwahlverein ohne programmatisches eigenes Gewicht. Oder die FDP aktuell, die ja ganz oft. Also das meinte ich damit, diese Phänomene gibt es durchaus innerhalb des Parteien. Um da nicht nur die negativen, unsympathischen Leute zu nehmen. Ich meine, 72 Willi wählen. Und hätten die da irgendjemand anderen aufgestellt. Willi Brandt war das, ja. Ja, genau. Das war alles auf diesen Heilsbringer. Der Unterschied ist natürlich, die SPD gibt es auch noch ohne Willi Brandt. Nicht mehr ganz so erfolgreich. Aber es gibt sie noch. Es gibt die ÖVP noch ohne Kurz. Ob es BSW ohne Sarah Wagenknecht geben könnte, schwer vorstellbar. Das ist natürlich ein wichtiger Unterschied. Aber Fakt ist natürlich, dass BSW tatsächlich den Bedürfnissen einer Mediendemokratie entgegenkommt. Extreme Personalisierung, damit eine vermeintliche Eindeutigkeit. Denn das, was Sarah Wagenknecht sagt, das ist die Linie der Partei. Das weiß man bei der SPD nicht so genau. Oder bei den Grünen auch nicht. Da gibt es verschiedene Fraktionen. Die streiten sich. Und dann streiten sie in der Koalition. Das ist so unübersichtlich. Und bei BSW weiß man, woran man ist. Das ist natürlich diese Talkshow-Erfahrung. Das, was sie mit sich bringt. Und dass sie eine Projektionsfläche ist. Das macht den Reiz dieser Partei aus. Warum die Leute sie wählen. Obwohl sie gar nicht so genau wissen, wofür sie steht. Nur ungefähr. Und das, was ich und andere vielleicht für eine Schwäche gehalten haben. Dass es ein Tortenprodukt ist. Dass es total offensichtlich ist, dass hinter Wagenknecht nicht mehr viel kommt. Und dass das eine sehr, sehr dünne Personaldecke ist, die sie da haben. Und programmatisch auch nicht total unausgereift ist. Das ist eigentlich eine Stärke. Also, weil man weiß genau, Wagenknecht ist alles. Und ohne sie ist alles nichts. Und das Wicht, warum funktioniert das? Weil sie eine Marktlücke gefunden haben. Es ist zwar ein Kunstprodukt. Es ist ein Retortenprodukt. Und am Reißbrett entworfen. Aber die Marktlücke, die gibt es offensichtlich. Und die bedient sie. Aber was ist die genau, die Marktlücke? Also, das müssten wir vielleicht genauer beschreiben. Frieden. Das Slogan. Also, es gibt ja verschiedene Deutungsmuster, die ähnlich sind. Aber trotzdem was anderes. Also, eins sagt, naja, das ist so eben sozial und wirtschaftspolitisch links. Und kulturell, was Migration angeht, konservativ. Das sind eher so CSU-Positionen, die da vertreten werden. Dann gibt es eine andere Beschreibung, die man häufig hört im Zusammenhang mit BSW. Das ist Populismus. Das ist ein bisschen was anderes. Weil diese erste Kennzeichnung, die kann man ja zum Beispiel auch auf die dänischen Sozialdemokraten beziehen. Die genau so einen Kurs gefahren haben. Nicht ganz erfolglos. Also, ist Populismus ein brauchbarer Begriff, um diese Partei zu beschreiben? Und warum? Ich glaube, das ist ein brauchbarer Begriff. Und ich würde es sogar noch ausweiten, was du gesagt hast, Daniel. Diese vermeintliche Eindeutigkeit, die bezieht sich auch aufs Inhaltliche. Selbst wenn man nicht genau weiß, wofür sie genau stehen. Aber wenn Sarah Wagenknecht Themen aufmacht, dann suggeriert sie immer, es gibt ein richtig und es gibt ein falsch. Und sie selbst weiß, was richtig ist. Und die anderen liegen dann eben falsch. Beziehungsweise, es gibt einfache Lösungen, die von den Mächtigen nur nicht genutzt werden. Aus welchen Größen auch immer. Und das ist zum Beispiel die Frage Krieg-Frieden. Also, wir müssen einfach nur aufhören, der Ukraine Waffen zu liefern. Dann ist alles gut. Und dann blendet sie natürlich aus, was passiert denn eigentlich, wenn Putin die Ukraine überrennt. Was ist dann mit den Menschen, die fliehen? Wo kommen die unter? Und so weiter. Wie ist Deutschland dann, wir sind ja dann eigentlich gezwungen, die aufzunehmen? Und so weiter. Aber das sind alles Fragen, die kommen bei ihr nicht vor. Das gereicht immer nur bis zur Grenze. Und dieses... Ich muss dazu sagen, ganz kurz, Anna Wagenknecht sagt, Daniel, wenn man das Interview mit ihr gemacht hat, schon eine Weile her. Da sagt sie, also präziser sagt sie, möchte, dass Deutschland oder der Westen keine Waffen mehr an die Ukraine liefert, im Falle eines Waffenstillstandes. Nein, 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 nein. Sarah Wagenknecht hat von Anfang an gegen jegliche Waffenlieferungen polemisiert. Und seien diese Waffen auch nur Helme. Man kann doch nicht die Praxis abkoppeln von dem, was sie dort in irgendwelchen Interviews sagt. Sie hat wehemend schon die erste Erklärung von ihrem Bundestag, als sie noch bei der Linken war, jegliche Waffenlieferungen von Anfang an strikt abgelehnt. Ich habe das auch immer so gelesen. Aber es kann sein, dass sie sich, wenn sie angegriffen wird, dann immer sozusagen noch eine Ausweichposition sucht. Das Spannende ist, dass es gar nicht so wichtig ist. Für ihre Wähler ist es wichtig, dass sie die einzige Stimme ist. Und das ist sie nun mal. Nein, die Linkspartei hat heute die gleiche Position. Ja, okay. Aber ihre Wähler sehen in ihr die einzige Stimme, die ganz klar diese Waffenlieferungen skeptisch sieht. Und darin eine Eskalation sieht. Und darin auch eine Schuld des Westens sieht. So in der Eindeutigkeit. Weder die Linkspartei noch die AfD sind so eindeutig in der Position. Das ist ihr Alleinstellungsmerkmal. Kann man jetzt blöd finden und sagen, alles Quatsch, die Leute irren sich. Aber 6-7% der Leute oder in anderen Bundesländern mehr finden, das ist die Welt. Ich sehe die Welt auch anders. Ich sage nur, das ist ihr Alleinstellungsmerkmal. Pascal und dann Anna. Nein, also die AfD hatte genau die gleiche Position tatsächlich. Die Linke hat von der Beschlusslage ist sie auch gegen Waffenlieferungen. Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen Wagenknecht und der Linkspartei. Das ist, dass die Linkspartei fordert, dass Russland abziehen soll aus der Ukraine. Das tut Wagenknecht nicht. Und das ist natürlich ein entscheidender Unterschied. Das heißt, sie ist komplett entsolidarisiert mit den Menschen in der Ukraine. Und das trifft auf ein bestimmtes Bedürfnis von Leuten. Lasst mich doch mit eurem Scheißkrieg in Frieden. Es ist eine linksnationalistische Partei. Das muss man sagen. Also sie ist linkskonservativ, gesellschaftspolitisch konservativ. Wir haben es schon gesagt, gendern in der Schule bitte keine Laptops und solche Sachen. Das ist alles so. Aber sie ist auch nationalistisch, indem der Tellerrand, du hast es gerade gesagt, bis an die Grenze geht. Und das ist im Prinzip, weil sie sagt, was ist das Einzigartige? Das Einzigartige ist diese Mischung. Also aus gesellschaftlich, konservativ, wirtschaftspolitisch eher sozial, beziehungsweise links. Und ja, dann in den anderen, also außenpolitisch auch stark nationalistisch orientiert. Also so, ja, wie soll man es beschreiben? Eine linke AfD? Ist das zu hart? Aber ja. Es ist eine, also die Parallele zur AfD ist das nostalgische. Die AfD will ja auch zurück zu einer, zu einem Deutschland, wo es keine Migration gibt. Und irgendwie will das die BSW auch. Und eben in Deutschland der 70er Jahre, wo Willy Brandt noch und so weiter, wo man irgendwie, also es ist so eine Lass mich in Ruhe Partei. All diese Zumutungen der moderne Gendern, Migration, Klimaschutz. Klimaschutz, muss das denn sein? Also mein Auto verzichten und E-Autos und der ganze, ich verstehe das alles nicht, Internet für die Leute. Deswegen ist, also in der Partei, beim Parteitag, das Publikum war etwas älter. Also ich meine, das ist, die Bundesrepublik ist insgesamt eine alte Gesellschaft. Das ist jetzt nicht so untypisch, aber es war schon auffällig, also dass es eine bestimmte Generation, auch 50 plus sozusagen ist, die da mitgeht. Die vielleicht, also so bestimmte gute Seiten der alten Bundesrepublik oder auch der DDR vermisst und sagt, das war doch gar nicht so schlecht früher. Warum muss das alles heute anders sein? Ich meine übrigens die AfD, wie sie Mitte der 2010er Jahre gegründet wurde. Also nicht die völkische AfD, wie sie jetzt. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Pascal? Ja, ich glaube, dass das sehr, sehr richtig beschrieben ist. Es gibt nur eine wirklich skurrile Sache. Und das kann man, wenn man ihr Buch, der die Selbstgerichten liest, da hat sie ja ihr Programm entfächert. Genau daran orientiert sie sich übrigens jetzt. Also alle, die wissen wollen, was sie so denken, sollten dieses Buch tatsächlich lesen. Und das Interessante ist, wenn die Beschreibung von der Zeit von früher ist, hat das mit früher nichts zu tun. Es sind Idealbilder. Ja, also ich bin in Duisburg aufgewachsen. Und wenn sie dort schreibt, wie toll das doch damals war mit der Integration der Gastarbeiter. Ja, scheiße war es ja. Die sind behandelt worden wie der letzte Dreck. Was mit den Kindern dort angetan worden ist, das war fürchterlich. Aber mit den Jahrzehnten verklärt sich das natürlich. Früher war halt alles besser. Und das ist das, was sie bedient. Das ist genau diese aggressive Nostalgie oder vielmehr sehr aggressiv ist sie bei der AfD, glaube ich. Und Moderator, glaube ich, fällt das Wording auch irgendwie bei BSW aus. Aber ich möchte nochmal ein bisschen nachbohren bei diesem Populismusbegriff, beziehungsweise links und konservativ. Weil das sind so, das ist ja das, was die marktgängigen Einordnungen. Und ich bin so ein bisschen skeptisch, wenn man sich so die Programme anguckt, was zum Beispiel dieses Links angeht. Ich finde es ganz erstaunlich, das steht zwar drin, so ein bisschen was mit Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer. Allerdings hat man nie, auch bei den Reden von Wagenkrieg oder auf den Parteitagen, das Gefühl, dass irgendjemand jetzt für die Vermögenssteuer da sterben will. Und der Mittelstand darf aber auch nicht belastet werden. Genau. Und das ist ein weiterer, sehr interessanter Punkt, der mir aufgefallen ist in Gesprächen mit Leuten, die jetzt da sind, ist die Sache mit dem Bürgergeld. Also Hartz IV war ja ein Gründungsimpuls, ein richtiger. Also ohne Hartz IV hätte es ja die Linkspartei gar nicht gegeben. Die Hälfte von BSW kommt aus der Linkspartei. Und Bürgergeld, da gibt es eher so wie so CDU jetzt. Also nicht so die ganz harten, nicht so Linnemann. Also man hasst das Bürgergeld, sondern man findet es irgendwie so ein bisschen, ja, die Fleißigen dürfen nicht bestraft werden. Das ist so das Wording. Also da sozusagen irgendwie dieses advokatorische Verhältnis zur Unterschicht, was die Linkspartei ausgezeichnet hat, das spielt ganz am Rande irgendwo gibt es das noch in der Rhetorik von Wagenknecht. Insofern wäre mal die Frage, haben wir es eigentlich bei BSW mit einer linken Partei zu tun oder in dieser Mischung oder haben wir es nicht vielleicht mit etwas ganz Neuem zu tun? Sie spricht halt Gefühle an. Und sie spricht Gefühle einer bedrohten Mittelschicht, unteren Mittelschicht, Kleinbürgertum, auch der Provinz, die sich von dieser Berliner Politikblase nicht abgeholt fühlt. Also auch in ländlichen Regionen, auch in Berlin haben die auch bewusst den Parteitag oder den Gründungstreffen in Adlershof abgehalten und nicht im Zentrum von Berlin. Das sind auch symbolische, finde ich, Aktionen, die zeigen, es geht darum, Leute abzuholen in so einer Gefühlswelt. Das hat nichts, was die AfD ja auch macht. Das hat ja nicht mit ökonomischen Forderungen zu tun. Also die wollen natürlich in Brandenburg, dass die Kliniken bleiben und die wollen, dass bestimmte sozialstaatliche Standards für sie erhalten bleiben. Aber eine solidarische Partei ist es ja nicht. Also das hört ja schon bei Flüchtlingen und Migranten auf. Und warum sollen sie solidarisch sein mit irgendwelchen Unterschichtsläuten, die nicht arbeiten wollen? Also das ist so diese Logik so ein bisschen. Habt ihr auch den Eindruck, dass die sozial-wirtschaftspolitischen Forderungen, dass die so unter Fernalifen sind bei BSW oder wie seht ihr das? Naja, der Eindruck, dass sie nicht für die Vermögenssteuer sterben würden, den würde ich so teilen. Also bei Wagenknecht hat man ja auch eine Entwicklung wahrgenommen, quasi von ganz links nach rechts driftend. Und das gilt sicherlich auch für ihre wirtschaftspolitischen Forderungen. Also als sie noch in der Linkspartei war, hat sie immer angeprangert, dass die Linke sich viel zu wenig um die sozialen Fragen kümmern würde, stattdessen nur noch ums Gendern. Also diesen Vorwurf erhebt sie jetzt auch nicht mehr, beziehungsweise sie stürzt sich jetzt nicht unbedingt aufs Sozialpolitische, jetzt dass sie ihre eigene Partei hat. Und wenn man sich mal so anguckt, wen Wagenknecht jetzt anspricht und wer da so in ihrer Partei jetzt auch Ämter und Funktionen bekleidet, beziehungsweise auf den Listen kandidiert, dann kommen doch viele, sind doch viele Unternehmer. Also zum Beispiel, ich habe mir mal angeguckt, der stellvertretende Landesvorsitzende in Thüringen ist Steffen Schütz, ein Medienunternehmer, auf Platz vier Frank Augsten, ein Landwirt, dann dieser Steffen Quasebart vom MDR, also ein Journalist. In Sachsen ist es Jörg Scheibe, auch Unternehmer. Und das ist so, also ich habe das auch gehört, wir hatten aus der, zum Beispiel, wir hatten eine Partei vergessen, wo sie natürlich auch Wählerinnen zieht aus der CDU, nicht ganz so viel wie von der Linken und von der SPD, aber es waren jetzt bei der Europawahl, also im Vergleich zur Bundestagswahl auch 260.000. Und aus der Union heißt es, die sehen das auch, dass die Wählerin von ihnen zieht und komischerweise vor allen Dingen so auch Unternehmer und Startups, also Leute, die Startups betreiben, offenbar zieht da auch eine Faszination auf diese Schicht an und das wird mit Sorge gesehen. Das wirklich Interessante ist, alle, die du aufgezählt hast, das sind die, die Wagenknecht und ihr Team gecastet haben, also die sie bewusst angesprochen haben und neu in diese Partei geholt haben. Die Unternehmer findest du also nicht bei den ganzen Linksparteifunktionären, die da mit ihr gegangen sind, da ist der Akademikeranteil dann irgendwie bei 95%. Also eigentlich ist das eine Partei von tatsächlich kleinen Unternehmern und Akademikern, also genau das komplette Gegenteil, was eigentlich Wagenknecht, also die haben ja mit Wagenknecht auch noch eine Millionärin als Vorsitzende, aber propagiert, nämlich für die einfachen Leute einzutreten. Diese einfachen Leute finden sich in der Mitgliedschaft so gut wie nicht. Und was interessant ist, was du vorher gesagt hast, ich glaube gegenüber den Abgehängten gibt es eine tiefe Verachtung, weil es ist immer dieses Prinzip, also die hält ganz, ganz hoch das Leistungsprinzip und die, die abgehängt sind, die leisten halt nicht richtig. Man muss sagen, das ist sehr auffällig in der Wagenknecht-Rhetorik, ein Riesenunterschied zu früher, allerdings ist das ja auch die Rhetorik der SPD, die Rhetorik der Union, die Fleißigen, die Leute, die Steuern bezahlen, die jeden Morgen aufstehen und zur Arbeit gehen, das ist ja sozusagen ein gewöhnliches Pattern politischer Rhetorik. Also das ist kein Alleinstellungsmerkmal für sie. Stimmt. Lass uns aber kurz mal... Nee, aber ihr Anspruch war mal anders. Der war mal anders. Deswegen ist es interessant. Aber warum sie natürlich Leute zieht, ich meine, sie guckt natürlich, sie zielt in die Mitte, das ist ja auch ihr Anspruch, dass sie das behauptet. Das Lustige ist, dass sie ihre Partei entsprechend castet, also die Hälfte und das Rückgrat der Partei sind ehemalige Linksparteileute, die sie bewundern und mit ihr mitgehen. Und die andere Hälfte sind dann Leute, die das ausfüllen sollen, was sie ansprechen möchten, nämlich Kleinunternehmer, Akademiker und so weiter. Die werden wirklich speziell gecastet, das ist immer so einer links, einer rechts und dann einer fallen gelassen. Und sie nimmt so ein Thema wie die Rente zum Beispiel, das haut sie auf den Gong und sagt, Rente muss für alle sicher sein. Damit spricht sie auch natürlich Ängste an und vor sozialem Abstieg und ich glaube, damit fängt sie die Leute. Wie gesagt, solidarisch ist die Partei nicht. Und das Angstgetrieben ist übrigens sehr interessant, das ist generell in der Rhetorik bei ihr. Also genau, sie tut so, als wäre die Rente nicht sicher, als drohe hier der nächste Weltkrieg, als würde der Industriestandort alles zusammenbrechen, als würde hier quasi Deutschland kurz vor 1945 steht. Aber die Frage ist, Pascal, ist die Rente sicher? Ja, da kann man durchaus verschiedener Meinung sein. Ist die Gefahr einer Eskalation des Ukraine-Krieges gegeben oder nur eine Fantasie? Kann man unterschiedlicher Meinung darüber sein. Also sie greift ja durchaus reale Punkte auf und spitzt sie dann zu. Ich möchte aber nochmal ganz kurz, also interessant, weil es ja sozusagen so auf eine Wagenknecht fokussierte Partei ist. Wer ist eigentlich Wagenknecht? Wie, ihr kennt sie wahrscheinlich schon aus Beobachtung oder von Interviews oder sonst. Sie ist ja ungewöhnlich auch für so eine populistische Figur, hat sie was sehr Ungewöhnliches, dieses kühle Eiskönigin und was auch immer die Attribute vorher waren. Also sie ist wie so ein Star, ja, also nahbar und unnahbar zugleich. Also ein ganz anderer Typus als dieses dampfende Berlusconi-Hafte, ja. Sie ist also auch in diesem Reigen der populistischen Figuren ja nochmal was ganz Eigenes. Und also wie tickt sie, wie schätzt ihr sie ein? Jedes Land hat hier Populisten, die zu seiner politischen Kultur passen. Und ich meine, das sind Projektionsfiguren. Und Wagenknecht ist eine Medienfigur, die gerade mit ihrer scheinbaren Steifheit und Zurückhaltung auch, die sie ja natürlich auch aufstrahlt, sie hat ja was Unnahbares auch. Da kann man viel rein projizieren. Du hast sie ja auch erlebt im persönlichen Umgang oder so. Persönlicher Umgang ist ein bisschen hochgegriffen, also eher der unpersönliche Umgang. Also sie ist quasi eine Charismatikerin ohne Charisma. Also sie hat null Empathie. Also sie ist eigentlich, Gespräche mit ihr sind relativ mühsam. Weil sie es wenig schafft, auf ihr Gegenüber einzugehen. Manchmal guckt sie die Leute nicht mal an, wenn sie spricht. Und dennoch schafft sie es, so viele Leute für sich zu begeistern. Und wenn man mal ihren Werdegang anguckt, dann war eigentlich Wagenknecht eine, die sich, die immer gesagt hat, ich gehe nicht mit dem, heute würde man sagen Mainstream. Also ich gehe nicht mit dem Tross, ich stehe am Rand und nehme eine Sonderrolle ein. Als die DDR unterging, ist sie in die SED eingetreten. Sie war dagegen, die SED dann umzubenennen in PDS. Als es dann darum ging, geht die PDS mit der WSG zusammen und vereinigt sich zur Linken, war sie dagegen. Und jetzt ist sie quasi aus ihrer Gegnerschaft zur Linken, hat sie BSW gegründet. Mal sehen, was als nächstes kommt. Also sie ist so eine Dagegenfigur. Sie ist dagegen, ja. Das macht doch einen Popstar aus. Ich meine, dass er zu sagen... Kann man übrigens sogar noch früher anfangen. Das ist ja das Irre. Sie ist ja nicht nur einfach in die SED eingetreten. Davor durfte sie in der DDR nicht studieren. Und zwar deswegen, weil sie nicht für sozialfähig gehalten worden ist. Also auch dort schon in der DDR... Also das, was Anna beschrieben hat, ist genau richtig. Sie zieht sich komplett durch. Das Interessante ist, sie begeistert die Massen auf den Plätzen. Und sie mag aber nicht unter den Massen sein. Also sie... Wer jetzt mal auf BSW-Veranstaltungen geht, auf diese Kundgebung, der wird feststellen, die rauscht kurz vorher an. Hält ihre Rede und ist schnell wieder weg. Das Bad in der Menge, was zum Beispiel Oskar Lafontaine liebt, das ist ja total suspekt. Das ist ganz sehr interessant. Ist das eine Stärke oder ist das eine Schwäche? Ich will es einfach nur beschreiben. Also ich kann nicht sagen, ob es eine Stärke ist. Ihre Stärke ist, dass sie auf ihre besondere Art authentisch wirkt und einzigartig. Also sie ist ein durch und durch solitär und ich glaube, das macht für viele auch diese Faszination ein. Das andere wollte ich einfach nur beschreiben. Man kann nicht sagen, es ist eine Stärke oder eine Schwäche. Das passt vielleicht zu dieser Gesellschaft des Besonderen, die sich ja diese gesamten kapitalistischen Demokratien verwandelt haben. Daniel, du hast neulich Sarah Wagenkrecht interviewt. Es war ein freundliches Interview. Es gab harte Resonanz da drauf. Ein ostdeutscher Historiker hat das als Praffta-Propaganda bezeichnet, glaube ich. Warum hast du diese Form des zugewandten, also nicht sehr konfrontativen, sagen wir es mal so, Interviews gewählt? Also meine Frage zieht natürlich da drauf, wie gehen Medien mit diesem Phänomen BSW am besten um? Gute Frage, weil natürlich sie genau von dieser Situation, Journalisten verhören sie und fordern von ihr Frau Wagenkrecht, gestehen sie. Okay, das nützt ihr ja, diese Rolle. Also dieses Dagegensein, das ist ja, was sie so attraktiv macht für viele, dass sie eben da sitzt und sich in einer Talkshow von drei bis vier Leuten, die auf sie einreden, einfach immer Kontra gibt und dabei kühl und gefasst bleibt. Ich meine, ich muss daran denken, dass Thilo Sarrazin ja auch so ein für manche Heilspringer war, weil der da auch mit seiner knochentrockenen Art der radikalisierte Studienrat da saß und alle auf die Palme gebracht hat. Also das heißt, das spricht Leute an, dass sie einfach nicht die gängige Meinung hat, egal ob sie jetzt richtig oder falsch liegt, aber dass sie einfach sozusagen die anderen auf die Palme bringt, allein mit ihren nicht immer qualifizierten Einwürfen. Aber sie wirkt ja wahnsinnig, ich habe das auch mal geschrieben, also sie sagt ja Sachen von sich, da würde man denken, wenn Kubicki das sagt, dann ist er besoffen oder sowas. Aber sie haut das so raus in so einer trockenen Art und Weise. Was meinst du? Naja, also die dümmste Regierung Europas und die schlimmste Ampel der Welt oder sowas. Also das ist, das sind schon, das sind die gefährlichste Partei. Ja, also das sind so schon so Sachen, die man eigentlich anderen nicht durchgehen lassen würde, aber weil sie eben vielleicht auch, weil sie eine Frau ist und weil sie so konservativ und gefasst und nüchtern. Sie kann aber nicht gut mit Widerspruch umgehen. Also neulich in der Sendung, da saß sie, ich glaube zusammen mit Claudia Major und Claudia Major hat sie auseinandergenommen, weil sie immer behauptet, wir würden 50 Milliarden Euro für Rüstung ausgeben. Und das hat Claudia Major dekonstruiert und hat auch aufgezeigt, wo die, also wer eigentlich wie den INF-Vertrag unterlaufen hat. Und Sarah Wagenknecht hat das zur Kenntnis genommen und danach gab es mutmaßlich von ihr und ihren Leuten einen totalen Shitstorm im Netz auf Claudia Major und die haben bis heute keinen Kontakt. Aber das widerspricht ja nicht der These, dass das ihr nützt. Also argumentativ kann Claudia Major sie in die Tasche stecken, mag ja sein und Recht haben, aber das nützt nichts, weil gefühlsmäßig ist da eine Frau, die gegen drei Leute anspricht. Ich meine Trump, mit was der alles durchkommt, ist... Ja, aber Trump ist ja genauso, der reagiert immer beleidigt, wenn man ihm widerspricht oder ihn oder ihn widerlegt. Dann ist man, das ist so ein Freund-Feind-Denken und das macht es auch so mühsam im Umgang mit BSW, das war schon früher so, als ich noch die Linkspartei betreut hat. Man war dann irgendwo eingeteilt in Gegner und ist eigentlich kaum noch an die Leute rangekommen, weil man war sozusagen zu kritisch oder auf der anderen Seite. Ich weiß, mit wem du gesprochen hast, dann kann man so... Lass uns aber kurz nochmal bei diesem Argument oder bei dieser Beobachtung von Daniel bleiben. Das scheint mir ganz wesentlich zu sein, um auch dieses Phänomen Wagenknecht zu entziffern. Also nach den Gesetzen der Aufmerksamkeitsökonomie ist das ja die komfortabelste Position, die man sich denken kann. Sie sitzt da und zieht alle Pfeile auf sich. Und damit bietet sie sozusagen, also damit bestimmt sie auch die Agenda in solchen Talkshows durchaus. Und wie geht man damit am besten um, Pascal? Spielt man diese Rolle und sagt, ja, aber das ist eine unmoralische Position zur Ukraine, die wir haben und so weiter und so weiter und so weiter. Also dann hat man ja genau diese Vorstellung oder probiert man es anders? Also ich glaube, dass wir dieses Phänomen Wagenknecht haben, ist vor allen Dingen tatsächlich medial bedingt. Deswegen plakatieren die übrigens jetzt auch bei den Landtagswahlen nicht ihre Spitzenkandidaten, sondern vor allen Dingen Wagenknecht. Aber sie ist seit den 90er Jahren systematisch ein Medienereignis gewesen. Und alle Redaktionen dieser Republik haben in einer unglaublichen Art und Weise über sie berichtet, weil sie davon so fasziniert waren. Und das geht bis heute weiter. Es ist nicht nachvollziehbar, wie oft sie in Talkshows eingeladen wird. Ich meine, sie garantiert Quote, aber wenig Erkenntnis. Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viele Lanz-Sendungen ich gesehen habe, wo immer irgendwelche zwei Leute eingeladen waren, damit Lanz mit zwei weiteren auf sie vermeintlich da widerlegen kann. Da kommt man nicht weiter, weil man kriegt sie so nicht zu packen. Ich würde sie weniger einladen. Ich finde das vollkommen, diese Position, die sie dort vertritt, sehr, sehr überdimensioniert. Und vor allen Dingen gibt es offensichtlich keinen richtigen Punkt, wie man sie knackt, weil auch Major hat es eben nur zu gewissen Punkten geschafft. Das ist das Problem, weil da gibt es dann die Zahlen-Diskussionen, wo dann auch Major sich verhaspelt hat, weil sie von Verteidigungsausgaben von 70 Milliarden gesprochen hat. Wagenknecht. Inklusive Sondervermögen. Ja, erst mal gehört es dazu und zweitens ist es zu wenig, weil Wagenknecht sagt dann dreimal nach NATO-Kriterien 90 Milliarden. Und nach NATO-Kriterien hat sie recht. Das ist ja der Punkt, sie ist ja tatsächlich da auch vorbereitet, aber sie ist halt ordnet Zahlen demagogisch ein. Das ist der Punkt, da kriegt man sie dann nicht gepackt. Okay, dann Anna. Ja, ich finde, das hat durchaus einen gewissen Erkenntniswert, weil wir diskutieren das ja auch gerade schon. Welche Zahl stimmt denn nun? Also was sie ja macht, ist Stereotype oder Erzählungen, die angeblich oder Halbwahrheiten auszubreiten. Und dann kommt es darauf an, sie nüchtern zu widerlegen und zu dekonstruieren. Und das sind ja auch Dinge, die sie sich nicht ausgedacht hat. Also diese Erzählungen, diese Narrative, sondern die existieren ja. Die werden ja zum Teil auch gezielt lanciert. Und das entspricht ja zum Teil der Erzählungen, die auch Moskau gerne streuen möchte. Also zum Beispiel beim Thema Krieg und Frieden. Und ich finde, das lohnt sich schon, dann immer wieder dagegen zu halten und zu sagen, so stimmt das nicht. Ein anderes Beispiel, waren wir beide auch dabei. Daniel in der Bundespressekonferenz hat sie ja behauptet, nur ein Prozent der Menschen, die hier in Deutschland Zuflucht suchen, hätten eigentlich Anrecht auf Asyl. Das ist eine Zahl, die ist zum Teil wahr. Es geht sozusagen um das Asylrecht nach Grundgesetz. Aber daneben gibt es ja auch noch den subsidiären Schutz. Und daneben gibt es auch noch den Schutz für Geduldete, also Menschen, die sozusagen nicht abgeschoben werden können. Und diese Gruppen unterschlägt sie völlig. Und ich finde, dann an der Stelle lohnt es sich schon. Und viele Menschen glauben diese Erzählung. Das ist ja eine Erzählung, die sich auch in rechten Kreisen also breit gestreut wird. Und dann, das bietet immer wieder die Chance zu sagen, liebe Leute, Faktencheck, diese Zahl stimmt so nicht. Sie unterschlägt dabei wichtige Sachen. Natürlich muss man Falschbehauptungen richtigstellen, unsere Aufgabe als Journalisten. Aber ich würde halt, ich bin ja ein Freund der Aufklärung und finde das wichtig, aber man darf das nicht überschätzen, welche Wirkung man damit hat. Weil natürlich, wir haben das bei Sarrazin ja auch gesehen, der irgendwelche Behauptungen in die Welt geworfen hat. Dann haben sich die Leute monatelang um diese Aussagen gedreht und darüber gestritten, ob die jetzt stimmen oder nur zum Teil stimmen oder nicht. Und so funktioniert Populismus natürlich auch, dass man mit den Medien spielt. Dazu gehören immer zwei. Und natürlich haben wir Medienschaffende einen gewissen Anteil in dem Rahmen, mit dem wir ihr eine Bühne bieten und ihr dann Falschbehauptungen durchgehen lassen oder nicht. Interessant ist, da würde ich halt einfach die Taz nicht so hoch bewerten. An der Stelle ist für die Wagenheit nicht so interessant. Interessant ist erstens, dass die Bild-Zeitung sie liebt und auch sehr gerne aufs Cover hebt, obwohl sie eigentlich in vielen Punkten nicht für das steht, für was Springer steht. Aber sie erfüllt eine Rolle in diesem Diskurs und deswegen lädt Land sie auch ein. Das ist sozusagen in dem tolerierten Rahmen, in dem wir diskutieren, besetzt sie eine bestimmte Position, die eben noch toleriert wird, aber die sozusagen randständig ist und die man gerne haben möchte. Und das andere ist, darf man auch nicht vergessen, sie hat auch ihre eigenen Medien, die sie unkritisch feiern. Also bis hin zu ihrem eigenen YouTube-Kanal und auf Twitter sozusagen, kannst du dich auch selbst Botschaften streuen, die braucht uns gar nicht. Aber muss man nicht, wenn man sagt, Populismus ist schon, so habe ich euch jetzt verstanden, ist schon eine korrekte Kennzeichnung dieses Phänomens. Jetzt muss man da nicht sagen, also wir haben ja immer dann populistische Bewegungen, die erfolgreich sind, wenn es ein Defizit gibt bei den demokratischen Parteien. Und nehmen wir zum Beispiel hier Krieg und Frieden, da haben wir ja beim NATO-Gipfel in Washington kam dann die Nachricht, dass es die Stadt, dass also in der Bundesrepublik atomare, atomarbestückbare Mittelstreckenraketen stationiert werden sollen. Etwas, das man die 80er Jahre erinnert hat, wo das Riesen... Ich weiß gar nicht, ob die atomarbestückbar sind. Die sind atomarbestückbar, aber die sollen nicht atomarbestückbar sind. Sie sind, genau, also amerikanische Mittelstreckenraketen und so. Möglich, aber nicht vorgesehen, ist richtig, danke für die Präzisierung. Das wurde, einfach als Nachkam, als Nachricht, wurde nicht weiter erklärt. Wie gesagt, in den 80er Jahren hat so eine ähnliche, gab es eine Riesen, ihr erinnert euch da dran, Friedensbewegung etc., BP, Auseinandersetzung in der SPD, in den Parteien, in der demokratischen Öffentlichkeit, die Gründung der Grünen. Und jetzt wird das gewissermaßen einfach verkündet. Also ist nicht Populismus immer auch eine Reaktion auf solche diskursiven Schwächen von Regierungen? Ja, das stimmt. Also ich gebe dir da total recht. Und ich finde das auch, je komplizierter und komplexer eine Lage und die umstrittener, desto besser musst du diese Dinge erklären. Und da gibt es echte Schwächen in der Ampelregierung, speziell bei Olaf Scholz. Also ich finde, man kann nicht sagen, wir haben das jetzt mit den, diese Mittelstreckenraketen werden da jetzt stationiert, habe ich ja übrigens auch schon mal erwähnt, das ist gar nicht so neu, bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Und jetzt ist mal die Frage, wie viele Leute haben die Münchner Sicherheitskonferenz und die Rede von Olaf Scholz dort verfolgt? Also das wird sozusagen als Fakt so hingestellt. Das ist jetzt notwendig und den Leuten wird nicht erklärt, warum das jetzt notwendig ist. Übrigens, ich war auf der Münchner Sicherheitskonferenz, ich habe diese Rede gehört und Scholz fuscht. Es steht übrigens auch eine entsprechende Passage zu Mittelstreckenraketen, heißt dort ein bisschen anders, irgendwie Abstandspräzisionswaffen. Genau, Abstandspräzisionswaffen. Steht auch in der nationalen Sicherheitsstrategie. Aber wenn man sich das mal genau die Formulierung anguckt, bezog sich das nicht darauf, dass jetzt US-Mittelstreckenraketen stationiert werden sollen, sondern es bezog sich darauf, auf die Entwicklung europäischer Mittelstreckenraketen. Das ist das, was auch in Washington vereinbart worden ist. Also neue Mittelstreckenraketen in der Zusammenarbeit mit Frankreich, Polen und so weiter. Darauf ist es eindeutig, dass sich das darauf bezog. Also von daher fuscht Scholz auch noch, das macht das irgendwie auch noch richtig blöd. Fuscht, meinst du? Er fuscht, er fuscht, ja, er sagt nicht die ganze Wahrheit. Weil er hat nämlich deutlich weder bei der Münchner Sicherheitskonferenz noch in der nationalen Sicherheitsstrategie gemeint, US-Mittelstreckenraketen. Deswegen stimmt es nicht, dass er das vorher so angekündigt hätte und nur die Welt das nicht mitbekommen hätte. Aber diese Ankündigung ist natürlich ein Geschenk für Wagenknechte. Ich meine, das ist ja das Beste, was hier passieren konnte, dass das Thema Nachrüstung auf der Agenda bleibt und sie dagegen sein kann. Und da geht es auch nicht nur darum, dass die Regierung das nicht gut genug erklärt. Fakt ist, die Tatsache, dass ausgerechnet eine Regierung, an der die SPD und die Grünen beteiligt sind, jetzt dieses Nachrüsten mitverantwortet, das treibt natürlich einige ihrer Wähler jetzt zum BSW. Weil die wollen das nicht. Man kann jetzt sagen, die haben unrealistische Vorstellungen davon, wie die Welt sein sollte. Und die sehen sich zurück nach den 70er Jahren, sehe ich auch so. Nur, die wollen das einfach nicht. So wie die AfD-Wähler, die wollen keine Migration. Auch eine unrealistische Vorstellung in der heutigen Welt, aber die wollen das nicht und darum wählen sie die AfD. Das betrifft ja nicht nur Leute, die der SPD den Rücken gekehrt haben. Nein, aber die SPD hat das jetzt auch kritisch kommentiert. Ja, aber die SPD ist ja im Harnikmodus, weil sie diese verschiedenen Milieus ja auch versuchen muss anzusprechen. Die hat im Europawahlkampf Frieden plakatiert. Das war auch schon eine Reaktion auf BSW. Frieden und Sicherheit. Weil sie wusste, dass die Leute ihr sonst von der Fahne gehen. Ja, aber deswegen müsste man ja nicht BSW wählen. Da könnte man auch die Linkspartei wählen. Ich meine, das ist witzig. Es gab, glaube ich, jetzt in dieser Woche so Proteste gegen Pistorius. Wegen den Mittelstrecken. Kriegstüchtig. Ja, das Ulkigste war aber, dass ich dort, ich habe Fotos davon gesehen von BSW-Lern, die hatten Linksparteiplakate mit dem Spruch der Linkspartei und hatten darüber, weil sie hatten keine eigenen, die haben immer nur die Wagenknechtplakate, dann BSW geklebt. Das heißt, die haben Linksparteiplakate zu BSW-Plakaten gemacht. Also das erklärt das noch nicht mit Wagenknecht. Es gibt ein anderer Punkt, darauf wollte ich eigentlich eben hinaus. Das ist natürlich, da hast du nämlich recht, Stefan. Die Regierung muss erklären, was sie dort macht. Und es ist übrigens auch eine breite Diskussion darüber nötig, weil Münzenich natürlich vollkommen recht hat. Solche Raketenstationierungen erhöhen die Gefahr einer umbildabsichtlichen Eskalation. Das gilt allerdings, und das ist der große Unterschied zu Wagenknecht, was man eben auch dazu sagen muss, das gilt eben auch für die Kurzstreckenraketen, die in Kaliningrad stehen. Also die russischen. Die russischen, ja. Die sind übrigens auch atomar bestückbar. Die können Berlin ohne Probleme erreichen, die können Kopenhagen erreichen, die können Warschau erreichen. Die sind dort seit 2018 stationiert. Das heißt, diese Diskussion ist komplizierter. Die Diskussion ist komplizierter. Ich möchte jetzt gerne, dass wir in die Zukunft schauen, in die nahe Zukunft. Am 1. September wird nämlich in Thüringen und Sachsen gewählt. Und da kann es sein, dass die BSW eine ganz entscheidende Rolle spielt. Wenn man sich die Umfragen anguckt, sind sie in Thüringen mittlerweile 20 Prozent, die 2 Prozent dieser CDU. In Sachsen 15 Prozent, also man muss auf Umfang nicht so viel geben, aber sie wird höchstwahrscheinlich ein relevanter Faktor in den beiden Landtagen. Und höchstwahrscheinlich wird es nur möglich sein, eine Regierung mit AfD zu verhindern, wenn BSW in Landesregierungen geht. Und meine Frage ist, ist jetzt also BSW eine Gefahr für die Demokratie oder ist BSW, wenn man sich Sachsen und Thüringen anguckt, was da möglich ist, vielleicht eher die Rettung der Demokratie, weil nur so AfD-Herrschaften verhindert werden können? So, eine große Frage. Warum wollte das BSW das verhindern? Ja, da können wir ja drüber sprechen. Also ich meine, es gibt eindeutige Aussagen von Wagenknecht und allen Spitzenfunktionären, dass man auf keinen Fall mit der AfD auf Landesebene, also da wo Landesregierungen, da wo Gesetze gemacht werden, dass man nichts mit der AfD macht und ich halte die für einigermaßen plausibel. Aber diese Fragen, wie werden die sich in Thüringen und Sachsen verhalten, was haben sie überhaupt für Möglichkeiten? Das ist ja so der Blick in die Glaskugel, ne? Ja, man muss schon sagen, dass bei den Wahlen, wenn die Umfragen stimmen, in Sachsen vielleicht darauf hinaufläuft, dass dann BSW, AfD und CDU am Ende übrig bleiben und auch in Thüringen sie Zünglein an der Waage spielen können, sodass es eine Schlüsselrolle wäre, die sie dann spielen. Aber wie sie die spielen? Naja, in Thüringen ist es, glaube ich, am kompliziertesten. Da hast du ja die CDU und die AfD. Ich glaube nicht, dass die Linke aus dem Landtag fliegt. Dort ist Bodo Ramelow dort noch zu populär. BSW liegt in Umfragen vor der Linken. Und da müssen wir sehen, ob die SPD noch reinkommt. Dann hätten wir fünf Parteien und bei den Grünen bin ich mehr als unsicher. Und ja, ob sie nun die Rettung oder trägt sie dazu bei, die Demokratie weiter zu unterhöhlen? Ich würde sagen, sowohl als auch. Man muss ja sagen, ohne das Auftauchen von BSW wäre die Parteienlandschaft noch ein Stück weit übersichtlicher. Sie hat ja ein zusätzliches Unruhmoment da reingebracht und trägt im Prinzip dazu bei, das ist jetzt erstmal nur so ein Fakt und ist nicht wertend gemeint, dass sich das noch weiter ausdifferenziert und dass die Mehrheitsverhältnisse noch schwieriger wären. Also es wird immer schwieriger, demokratische Mehrheiten zu bilden. Diskursiv trägt sie meines Erachtens auch dazu bei, die Demokratie mit zu untergraben, weil sie eben diese vermeintlich einfachen Lösungen propagiert und den Leuten suggeriert, es gibt in einer komplexen Welt einfache Lösungen. Aber man muss den Leuten, ich glaube, immer wieder erklären, die Welt ist komplex und es gibt keine einfachen Lösungen mehr. Und gerade, und das wird sie dann, und das wird so ein Stück weit die Entzauberung sein, wenn sie denn mit in Regierungsverantwortung gehen sollte, was ja auch ein Wagnis ist, da sitzen Leute, also mal abgesehen von Katja Wolf in Thüringen, die haben keinerlei Regierungserfahrung. Also das sind sozusagen Zuschauer gewesen. Wenn sie denn mit reingeht, dann muss sie natürlich auch Kompromisse machen. Und das wird ein Stück weit eine Entzauberung sein. Wir müssen einfach bloß den Hebel so und so umlegen und dann läuft es. Pascal. Ja, und genau deswegen wird das tatsächlich sehr spannend. Übrigens sollten wir uns nicht Brandenburg nicht auch noch vergessen. Das ist irgendwie der 20. September. Genau, das heißt, wir haben drei Ostwahlen. In diesen drei Ländern wird überall BSW, glaube ich, stark in den Landtag einziehen. In Sachsen wäre das natürlich tatsächlich denkbar, nur drei Parteien. Okay, darf es allerdings nicht vergessen, es gibt eine besondere Regelung, sollte man erklären, vielleicht in Sachsen. Du brauchst nur zwei Direktmandate, dann bist du auch drin. Da gibt es so eine Grundmandatsklausel. In Brandenburg gibt es nur ein Direktmandat, dann bist du drin. Das heißt, die Linke hat die Chance, auch wenn sie in den Umfragen noch da drunter liegt, vielleicht schafft sie auch die fünf. Bei dem SPD und Grüne sind in Sachsen zurzeit noch drüber. Ich glaube, beide bei sieben. Aber das würde ja dann auch so nicht reichen gegen den großen AfD-Block. Aber die Frage ist dann, was machen sie dann mit dem BSW? Und meine These ist ja, dass bei Sachsen sie anbieten zu verhandeln und die Hürde so hochlegen, dass die CDU das nicht packen kann, um zu sagen, hier, die Systemparteien, die versagt wieder. Und in Thüringen wird es spannend mit Katja Wolf, weil die Konstellation anders ist. Und da kann sich das für Wagenknecht rechnen, dass sie eine Karrieristin zur Spitzenkandidatin gemacht hat, die, glaube ich, auf jeden Fall mitregieren will. Während die, ich bin ziemlich überzeugend, dass die Linie von Wagenknecht ist, in beiden Ländern nicht mit zu regieren. Und deswegen sage ich... Wie so nennst du Katja Wolf eigentlich eine Karrieristin? Ja, weil die hat noch nie in ihrem Leben seit der Schulzeit was anderes gemacht, als ihren Weg, ihren politischen Weg erst in der Linkspartei. Das gilt für viele Politikerinnen. Ja, es gibt auch viele Karrieristinnen. Ich glaube, deswegen ist aber die Orientierung anders. Und Wagenknecht orientiert, und das ist das Entscheidende, auf die Bundestagswahl. Alles andere ist ihr vollkommen egal, dient nur dem Mittel zum Zweck. Und deswegen wird sie nicht für Koalition sein, wenn sie das schaden könnte. Okay, das ist klar geworden. Jetzt nochmal zwei andere Aspekte da, für die ich interessant finde. Da interessiert mich eure Meinung. Also wir haben ja jetzt hier Landesverbände mit 60, 70 Mitgliedern. Ja, das ist schon hochgerechnet. Jetzt kommen die also ins Parlament, haben dann also, ich weiß nicht, 10, 12, 15 Abgeordnete, dann brauchen sie ja Mitarbeiter, einen Stab, dann muss man irgendwie sich erstmal vertraut machen mit dem Parlament, wie das funktioniert, Ausschüsse etc. Das ist mit so einer Partei und gleichzeitig mit einer nicht existenten Partei, beziehungsweise einer Partei, die wahrscheinlich dann auch im Parlament sein wird. Das ist schon eine komplizierte Situation. Wenn wir uns jetzt noch dazu denken, die müssen gleichzeitig noch Minister werden, Staatssekretäre stellen, Ministerialbürokratie und so weiter. Ist das eigentlich also jetzt unabhängig von dem, was du gerade, Pascal, als Wagenknechtskalküle beschrieben hast, in Bezug auf die Bundestagswahl. Also geht das überhaupt? Kann so eine derartig kleine Organisation in ein paar Wochen im Grunde, man muss ja dann auch noch Kompromisse machen mit der CDU, mal sein eigenes Profil irgendwie unterbringen und so weiter. Das sind ja alles komplexe politische Operationen, die man können muss. Und also nach meinem Eindruck, weil auf dem Landesparteitag in Sachsen, Daniel, wo wir zusammen waren, war, ja, viel Energie, viel Euphorie, aber relativ wenig Know-how. Also funktioniert das überhaupt? Ich glaube, dass Pascal recht hat, dass das oberste Ziel ist die Bundestagswahl und deswegen wird sie nicht den Nimbus der Protestpartei opfern wollen durch Regierungsbeteiligung in Thüringen oder Sachsen. Deswegen wird sie das nach Möglichkeit vermeiden wollen, weil das wäre dann natürlich der Realitätstest so. Aber ich glaube, wenn man jetzt die Entscheidung trifft als BSW, wir wollen in die Regierung gehen, dann kann man ja auch von außen Expertise hohen. Haben andere populistische Parteien, Fünf Sterne in Italien oder Gerd Wilders in Holland auch gemacht. Dann nimmt man irgendeinen Technokraten oder irgendjemanden, der was vom Fach versteht und setzt den da hin und der macht dann das ungefähr, was man möchte. Also, glaube ich nicht, dass es funktionieren kann. Also, ja, Bedingungen so hochlegen, dass es nicht möglich ist. In Brandenburg haben sie es ja übrigens auch schon gemacht. Da haben sie jetzt gefordert, keine Stationierung von Mittelstreckenraketen, sonst keine Regierungsbeteiligung. Das kann nicht, also in welcher Kaserne die dann lagern sollen, aber das wäre natürlich für eine SPD unter Woidke, wenn der jetzt Ministerpräsident bleibt in Brandenburg, eine Bedingung, wo er sagen könnte, na tschüss, dann suche ich mir jemand anderen. Also, ich... Gucken, wo groß die Auswahl wird. Ja, aber egal. Aber man, also ich habe Zweifel, dass das funktioniert. A, weil inwiefern kann Sarah... Die Regierungsbeteiligung meinst du jetzt funktionieren würde? Ja, und dass es für die Partei funktioniert, weil irgendwann werden die Friktionen schon mal offensichtlich werden. Also, inwieweit reicht Wagenknechts Zugriff? Kann sie sozusagen, dann regiert sie bis in die Staatskanzlei von Erfurt mit rein. Ja, also kann sie das? Kann sie Leuten wie Katja Wolf befehlen, was sie zu sagen haben und was sie, also was sie zu tun und was sie zu lassen haben? Und je größer diese Partei wird und je mehr Landesverbände es gibt, desto schwieriger wird es, diese scheinbare Geschlossenheit, dieses Bild ohne Risse aufrecht zu erhalten. Das ist gewiss richtig. Das ist ja der absolute Glücksfall zur Zeit, dass sie dieses Close-Shop machen. Also für sie der Glücksfall, das wollen sie auch so lange wie es geht, ja aufrechterhalten. Ich glaube nämlich tatsächlich, wenn sie irgendwann diese Partei öffnen, sie werden ja auch sukzessive immer mehr reinlassen müssen, desto größer sind die Fliehkräfte und größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Ding zerlegen wird. Übrigens ein kleiner Hinweis, das ist, wo wir schon über Populismus geredet haben, das ist natürlich ein wunderbarer Populismus gewesen. Keine Mittelstreckenraketen nach Brandenburg. Ich habe viele Diskussionen gehört, wo die Dinger stationiert werden sollen. Aber in Brandenburg, das war irgendwie nie dabei. Hauptsache Ängste fördern, die... Von daher wird Woid diese Bedingung sogar füllen können oder der Rätmann, wenn der gewinnt von der CDU. Das Interessante ist aber doch, wir haben ja schon ein Beispiel für parlamentarische Arbeit des BSW. Und das ist nämlich deren Bundestagsgruppe. Und da muss ich dann sagen, Stefan, da stellen sich viele Probleme, die du aufgezählt hast, nicht. Da ist nämlich Ausschussarbeit scheißegal, die gehen nicht in die Ausschüsse. Die nehmen an den Großteil der Debatten nicht teil. Die sind dann im Plenum, wenn einer von ihnen redet, am liebsten die Vorsitzende. Und sind danach, das gab es ja, das war das Irrste, dann gehen danach schnell wieder. Beim letzten Mal hat dann Wagenknecht eine Rede gehalten. Dann sind die alle gegangen und dann wurde über zwei Anträge des BSW abgestimmt. Und sie waren nicht da. Und die waren selber nicht bei der Abstimmung der eigenen Anträgen da. Ich meinte, wenn man jetzt sich vorstellt, in Sachsen oder Thüringen würde BSW mitregieren, dann wäre wahrscheinlich schon eine gewisse Notwendigkeit da, sich schon mal in einem Ausschuss sehen zu lassen. Daniel, ganz kurz, dann kommt die letzte Frage. Genau, also die Frage ist, ob sie das überhaupt wollen. Und bis jetzt gibt es die Notwendigkeit nicht. Aber die Frage nach der Demokratie, ob das jetzt gut oder schlecht ist, also innerparteiliche Demokratie ist schon mal nicht gegeben so. Das ist natürlich schon mal ein Minus. Und die Frage, ob sie jetzt wirklich ein Bollwerk gegen die AfD sind, da sind ja auch Zweifel angebracht. Also, wie gesagt, sie wird das sicher nicht jetzt in Thüringen oder in Sachsen ausprobieren. Aber grundsätzlich ist das BSW nicht einer Zusammenarbeit mit der AfD abgeneigt. Wie andere linke Populisten in Italien oder anderswo auch schon gemacht haben. Mit der Liga und danach haben sie mit den Sozialdemokraten. Ich glaube, sie haben auch schon gesagt, wir werden Anträge der AfD nicht automatisch abgeneigt. Und wenn sie zusammen aus dem Bundestag rausgehen, wenn Zelensky spricht, das ist ja auch schon mal so ein symbolisches Zeichen dafür, dass man Hauptsache dagegen auch mit denen zusammenarbeiten kann, wenn es passt. Wobei ich das ein bisschen anders sehe. Also, bei Zelensky-Rede rausgehen mit der AfD oder irgendwie AfD-Anträge nicht automatisch widersprechen, ist was ganz anderes als zusammenregieren. Das ist was ganz anderes. Das muss man wirklich nochmal... Ja, aber es geht ja darum, ob das Bollwerk steht. Und wenn die Mauer bröckelt, du weißt ja, wird das erst einmal ein Einstein raus, dann den zweiten, dann den dritten, irgendwann fällt die Mauer ein. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt, gerade zu dieser Koalitionsfraktionen. Ich stimme dir da vollkommen zu. Aber das Interessante ist ja, dass sie tatsächlich trotzdem die AfD natürlich verharmlosen. Es gibt eine Kachel, könnte sich jeder im Netz angucken, wo sie sagen, wir schließen Koalition mit der AfD und den Grünen aus. Und danach steht dann der Satz, warum die Grünen das Schlimmste sind, nicht die AfD. Und das ist natürlich eine unfassbare Verharmlosung der AfD. Das ist absolut richtig. Nimm das Beispiel, ich meine, es gibt ja Beispiele, wo linkspopulistische Parteien mit Rechten eine Koalition gebildet haben. Griechenland zum Beispiel oder Italien. Fünf Sterne mit Lega Nord oder Griechenland-Syriza mit Rechtspopulisten. Nachdem sich die sozialen Versprechungen der linkspopulistischen Parteien nicht erfüllt haben. Was ist übrig geblieben? Eine rechte Regierung in beiden Ländern. Also ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, dass es in Deutschland genauso kommt. Aber dieses nach rechts offen zu sein, hat bestimmte Konsequenzen. Okay, also letzte Frage. Wird jetzt BSW so ein One-Hit-Wonder, also so eine Art Piraten 2.0? Oder ist das die Kraft, die das deutsche Parteiensystem sowieso schon wackelig umflügen wird? Wir hoffen natürlich stark auf die prognostische Kräfte von Pascal Beuker. Also auch das habe ich tatsächlich schon vor der Gründung geschrieben. Ich glaube, es ist ein One-Hit-Wonder. Tatsächlich ähnlich wie die Piraten, die ja etwa ein Jahr lang einen riesen Aufschwung hatten und dafür gesorgt haben, dass die Linkspartei fast überall im Westen verschwunden ist. So kann jetzt das BSW dafür sorgen, dass überall die Linkspartei verschwindet. Und dann, sobald sie die Partei öffnen, werden die Widersprüche so groß werden, dass das Ding knallt. Und spätestens dann, wenn Bagenknecht keine Lust hat, ist ohnehin alles tot. Anna? Also ich habe BSW schon mal unterschätzt und schütte mich davor, es ein zweites Mal zu machen. Ich denke, sie könnten sich schon dauerhafter etablieren, so wie die AfD. Die ist ja auch nicht an ihren eigenen Widersprüchen gescheitert, sondern es hat sich immer weiter radikalisiert. Aber ich denke auch, das deutsche Parteiensystem und die Demokratie ist stärker als BSW. Also die wird da resilient sein, das wird da resilient sein. Daniel? Umflügen nicht, aber es ist natürlich ein Symptom für die Diversifizierung der Parteienlandschaft, die immer mehr zunimmt, diese Fragmentisierung. Und jetzt gibt es halt eine neue Partei und ich glaube, solange es da eine Nachfrage nach gibt und solange die dieses Feld besetzen, werden die ihre Ergebnisse einfahren. Ob sie damit jetzt wirklich die gesamte bundesrepublikanische Landschaft umflügen werden, bin ich jetzt skeptisch. Aber es ist ein Trend, in dem sie liegen. Und die Nachfrage ist da. Und ich meine, also Wagenknecht braucht diese Partei nicht. Die funktioniert auch, die ist Anfang, Mitte 50 jetzt. Die wird uns noch eine Weile begleiten. Ob mit oder ohne BSW, wird sie auf jeden Fall die politische Landschaft prägen in Deutschland. Das glaube ich schon, ja. Okay. Ja, danke für diese interessante, auch ein bisschen kontroverse gelegentlich Debatte mit euch. Das war der Bundestalk. Wir bedanken uns auch bei Philipp Große-Siestrup für die Produktion und bei Cancet Ischbina für die Redaktion. Wenn ihr Fragen oder Kritik habt, dann schreibt uns gerne an bundestalk.tatzbook.de. Und wenn ihr Geld über habt, wie immer gerne gesehen, dann gibt's tatz, zahle ich dafür. Macht's gut, bis dann und tschüss. Schönes Wochenende, vielen Dank. Noch nicht, Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.